Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu WWE 2K16, unser kleinen King of the Wing, oder groß mittlerweile schon. Und mein Gegner ist der Onkel, Gamershack LP. Ja, li, hallo, hallöchen. So, und heute ... Was ein geiles Match gestern gewesen, wuh. Ja, wir sind immer noch voller Adrenalin. Und ja, ich darf jetzt wählen zwischen zwei Restlongen. Und ich hab meinen schon gewählt, den seht ihr ja jetzt auf der Seite. Und fragt mich nicht, warum ich jetzt den, den ich Rewano gebe, auslasse. Es liegt ... Ich hab's irgendwie ... Mit dem hab ich so viel Glück die ganze Zeit. Mit dem hab ich wirklich Matches bestritten hier in dem Turnier. Die sahen ganz schlecht für mich aus. Und ich hab sie trotzdem mit dem gewonnen. Und deswegen muss Rewano Farouk nehmen. Farouk, mit F wie Farouk. Wo ist er denn? Da, la, la, da. Farouk. Alles klar. Und du hast Mustapha, oder? So, okay. Dann werd ich jetzt drücken. Rewano wird verstehen, warum ich den genommen hab. Weil bis jetzt war's einfach so, dass der Matches gewonnen hat, die wirklich nicht zu gewinnen waren. Ach, der? Ah, okay. Nee, ich hab einen anderen grad im Kopf gehabt. Wen hast du im Kopf gehabt? Ja, der ist nicht schlecht. Der kam immer wieder zurück. Der Christian. Wen hast denn du im Kopf gehabt? Ich hab gedacht, Mustapha. Bei dem warst du auch immer gut. Mustapha? Der ist doch deiner, klar. General da, Colonel Sartsch. Ach so, nee, der kommt noch. Der kommt noch. Das wird so mein Glücks-Ding sein. Der Christian, gell? Der Christian, ja. Na gut, dann kämpfen wir mal gegen den. Vielleicht krieg ich ihn ja jetzt weg. Okay, fängt er schon gut an, ja. Fängt er schon gut an. Da, 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 da. Und da hat er eine gebrezelt bekommen. Ha! Ja, Michael, es ist so wichtig, dass er auf der falschen Seite geguckt hat. Ja, du bist ja dran. Ich hab wieder auf der falschen Seite geguckt. Wie ein Profi. Yo. Oh, ich hab ja auch. Äh. Kabam! Äh. Wie schnell der das wiederfindet. Mein Gott. Nee. Oh, oh. Zack. Naja. Komm, mein Margett noch, oder? Oh, du Dreck. Lass mich kurz überlegen, nö. Das kann ich auch. Oh, scheiße. Hä? Okay. Das Zauberman? Ja. Ah, ist die. Und Nick. Ah, ich glaub, das tut richtig weh. Das tut richtig weh, glaub ich. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Meises, kleines Pfft. Hehehe. Ach, ich darf mich erst mal ganz gemütlich. Schon wieder. So sah ich vorhin aus, bei Randy Savage, erinnert euch? Ja, scheißdreck. Scheißdreck. Genau so sah ich vorhin auch aus, auch aus, bei Randy Savage, aber ich möchte nicht so den Kampf, äh, der kommt euch an. Nee, nee, der war gut, ja. Hä? Man hat grad die Hand gebackt und gezittert, hast du's gesehen? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Du bist ja ein richtiges Tier, Mann. Hehehe. Ist das so ärgerlich, oder? Ich find das auch grauenhaft. Hehehe. Ah, ich geh alles durch. Ich zeig den Leuten erst mal, was der Faruk alles kann. Einen kann ich noch, dann ist es vorbei. Weil mittlerweile kommt er aus jedem Ding raus hier. Ist ganz schlimm. Ganz schlimm mit ihm. Da, was sag ich? Der kommt aus allen Mist raus. Oh, er hat mich weggekickt. In der WWE, even that. Speaking of Christian's Propensity to talk, I will never forget the time he actually tried to interview himself during the episode of the Peep Show. I don't think anybody other than Captain Charisma can pull something like that off. He's pulling out all the stuff. Ja. Das war doch schon mal geil. Mal gucken, ob dir mal ein Finisher gefällt. Oh, bitte nicht rauskommen, bitte nicht rauskommen. Nein. Zack. Doch, scheiße. Hallo, 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 hallo. Keiner drückt. Scheiße, 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 scheiße. Oh nein. Was macht der denn da für ein Kunstwerk? Ja. Oh, Gott sei Dank. Und wie eine Puppe. Bomb. Ja, ich kann nicht viel sagen, liebe Freunde. Meine Ausdauer ist leider nicht mehr so die beste. Ich glaube, ich bin schon wieder viel zu lang, ja. Batsch. Ah, kacke. Komm auch, du Sau. Au. Da haut er mich, der Sau. Der sackt. Der Sau. Oh, du bist schon rot. Er ist schon rot. Das tut doch weh. Ach, scheiße. Echt? Ich komm. Ich komm wieder hoch. Ach, komm, lass mich doch mal wenigstens aufstehen. und ich komm wieder hoch. Ja, ja. La, 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 la. La, 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 la. Geh weg. Ah, schönes Ding. Faruk. Ah, schön. Mein Name ist Faruk. Die sind alter Spartaner, du. Ey, was ist mit dir? Ja, Mann. Weißt du, er holt sich in drei Sekunden. Jetzt soll ich wieder rum, die Tricks. Das ist doch gar nicht. Ja. Ja, mein Lieben, Freund, das hat aber nichts zu bedeuten, wenn ich mal einen Move schaffe. Hä? Ach, das ist doch scheiße. Ich hab ein paar Mal gepackt. So blöd, so blöd. Ja, ich hab da kein Konter. Und eins. Komm, 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 Mann. Aua. So dumm vorhin. Der packt ja einfach nicht. Warum auch immer. Ich hab meine Haut daneben. Wie machst du denn da immer? Scheißegal. Ach, das ist scheiße, Mann. Hä? Ja, verdrückt halt, ne? Ein Lama-Kampf von einem Christian. Ein Lama-Kampf? Am Anfang ohne Finisher schon covered. Das war doch lächerlich. Das ist egal. Ich hatte vorher schon gedrückt, X, und dann wird das angenommen. Das wird also dann schon mitgerechnet, obwohl man noch gar nicht gedrückt hat. Ja, und das war dann fatal. Aber was hat er noch zweimal? Ja, einmal war weg gewesen und einmal daneben. Hast du aber dreimal nichts gesehen? Egal, egal. Hast du aber dreimal nichts gesehen? Ne, zwei Versuche hab ich nur gemacht. Nein, zwei hast du eigentlich. Na, zwei hast du gehabt, da hast du zweiggedrückt halt so. Naja. Und zu Glück hab ich Klüschen genommen. Mit Faruk wär's anders gelaufen. Ja, ich denke auch. Ja. Aber es sind beides deine. Komm ruhig weg. War doch ne gute Wahl. Und ja, dann würde ich sagen, du bist dran. Ja, liebe Freunde, das war mal wieder eine kurze Runde. Ne, gestern war ewig. Aber so ist das halt auch mal. Und mal schauen, was uns morgens erwartet und wen ich da spielen darf. Und da gibt böse Rache. Ich cover auch mal am Anfang. What up? Kannst du doch. Bist du schon 80? Wir werden sehen. Gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Eure Manu und Onkel. Ciao. Tschüss.